Sehr Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich auf der Berlin-Kampf von Hunter & Gran, mitten im Herzen von schönen Berlin. Und wie ihr sehen könnt, hier hinter mir ist schon sehr viel los. Und da werde ich mich jetzt gleich reinbewegen, einige Leute treffen und hoffentlich auch ein paar tolle Blogger-Kollegen. Und ihr seht schon, da ist reger Betrieb. Seit 10 Uhr geht es hier los. Jetzt habe ich erstmal das Hotel bezogen, ganz in der Nähe, 5 Minuten gebe ich. Und so sieht das Ganze dann aus hier. Okay, also ihr seht schon, das Ganze ist eine sehr coole Location, das Kühlhaus in Berlin. Und da werden wir uns jetzt mal reinbewegen. Und wir melden uns dann später und schauen wir mal, was es da drin alles gibt. Bis gleich. BR 2021 BR 2021 BR 2021 BR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020